Montag 11.12.2017, 10.41 Uhr, drucken Nutzungsrechte-Feedback-Eiff, typ of adi, gleich undefinit, adi.adi, brandet-chanl-teaser, im März 2018 könnten die ersten Kinos schon öffnen, Saudi-Arabien hat das seit Jahrzehnten geltende Verbot aufgehoben. Kommerzielle Kinos sollten mit Beginn des kommenden Jahres öffnen dürfen, teilte das Kultur- und Informationsministerium des erzkonservativen Landes in Riyadh mit, Lizenzen sollten ab sofort ausgestellt werden. if, typ of adi, gleich undefinit, adi.adi, outstream, if, typ of adi, gleich undefinit, adi.adi, Mitte unterstrich 1, Saudi-Arabien ist vom Ahabismus geprägt, einer besonders strengen und traditionellen Lizard des Islam. Kinos sind in dem Land seit mehr als 35 Jahren verboten. Das markiert einen Wendepunkt in der Entwicklung der Kulturwirtschaft im Königreich, sagte Kulturminister Vtraks gelötete Wad al-Awe-Wad. Die Entscheidung ist Teil eines großen Reformprojekts, Riyadh will seine Wirtschaft und Gesellschaft umfassend modernisieren. Die treibende Kraft dahinter ist der 32-jährige Kronprinz Mohammed bin Salman. Mehr als die Hälfte der Einwohner im Land ist jünger als 25 Jahre. Bin Salman hatte nach seiner Ernennung im Juni einen Modernisierungskurs angekündigt. Ende September wurde das Ende des Fahrverbots für Frauen bekannt gegeben. Doch tiefergehende gesellschaftliche Veränderungen sind das nicht, eher Schaufensterpolitik. Denn Frauen sind, ungeachtet ihrer wachsenden Rolle auf dem Arbeitsmarkt, in Saudi-Arabien auch nach dem Autoerlass nicht mit Männern gleichgestellt.